Sind eigentlich die, die erfolgreich sind, wirklich begabter als andere? Meistens hat Erfolg nicht unbedingt was mit Talent zu tun oder mit besonderer Intelligenz. Erfolg hat aus meiner Sicht etwas mit Durchhalten zu tun, wirklich dranbleiben, sich auch immer wieder selbst zu vertrauen und zu lernen, mit Krisen umzugehen. Auf jedem Erfolgsweg kommen viele, viele Stolpersteine, viele Dinge, die dich verunsichern werden, die dich auch in deinen Grundfesten erschüttern und verzweifeln lassen. Wenn du gelernt hast, dir zu vertrauen, dich auch über diese Phasen hinweg weiter zu begleiten, aufzufangen, liebevoll für dich da zu sein, dann wirst du erfolgreich. Wenn du lernen möchtest, dir da mehr zu vertrauen, diesen Weg zu gehen, dann lass uns doch einfach mal kennenlernen. Ich bin zweifache erfolgreiche Unternehmerin und unterstütze dich total gern auf deinem Weg.